Bei einem integrierten Managementsystem werden die Unternehmensprozesse betrachtet, statt sich auf einzelne Normen oder Anforderungen zu fokussieren. Relevante Anforderungen werden hierbei als Ganzes bzw. im Zusammenspiel betrachtet und in die Prozesse eines Unternehmens integriert. Dadurch lassen sich Kosten- und zeitsparende Synergieeffekte erzielen sowie Effizienzsteigerungen erreichen. In unserem Webinar präsentieren wir Ihnen die Vorgehensweise zur Entwicklung eines integrierten Managementsystems, geben Raum für Ihre Fragen und erläutern nützliche Praxisbeispiele aus bereits erfolgreich abgeschlossenen Projekten. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.